Hallo liebes Hofstift, wir sind die Robeskipper vom TSV BEWA und wir möchten euch mit unserem Beitrag zur Jerusalemer Challenge so mitmachen und bewegen animieren. Lasst uns zusammen ein wenig Freude und gute Laune gerade in Zeiten des sozialen Abstands verbreiten und so ein Zeichen setzen. Also schickt uns eure Jerusalemer Challenge per Video und bleibt alle gesund. Viel Spaß dabei, ich bin Robeskipper. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.